In dem heutigen Video geht es um ein wirklich besonderes Produkt und zwar dem Angelkoffer. Also die Japaner, muss man wissen, sind generell dafür bekannt, die laufen alle mit so einem Angelkoffer rum und deswegen gibt es meiner Meinung nach die besten Angelkoffer eigentlich in Japan. Und dieser hier ist meiner Meinung nach sogar eines der besten erhältlichen Angelkoffer, die es gibt. Warum das so ist und was den Koffer so besonders ausmacht, das erklären wir dir in diesem Video heute. Zunächst einmal, warum braucht ein Angler überhaupt einen Angelkoffer? Und zwar kann man hier wirklich alles mit verstauen. Das heißt, alles was man an einem Angeltag mitnehmen möchte, sei es Bootsangler, Uferangler oder Brandungsangler, egal welche Art von Angler, in diesem Koffer geht wirklich verdammt viel rein und es muss natürlich erstens wasserdicht sein, das heißt weder Wasser darf von außen nach innen eindringen, als auch von innen nach außen und es muss alles sicher aufbewahrt werden können. Und es muss natürlich auch seine Angelrute irgendwo Platz finden. Und da diese Tasche hat diesbezüglich vier Rutenhaltersteckplätze, jeweils an der Seite, also zwei hier und zwei auf der anderen Seite. Hier kann man dann seine Angelrute reinstecken und dann so sicher transportieren. Also im Normalfall, eigentlich hat jeder Angler so ein bis zwei Ruten dabei, aber hier können bis zu vier Ruten eingesteckt werden und dann kann der Koffer dann komplett transportiert werden. So, dann gibt es nochmal zwei so Füße, die ausklappbar sind. Das ist sehr wichtig, wenn ihr, stellt euch vor, ihr habt jetzt hier vier Ruten angebracht oder aber ihr seid auf dem Boot, das Boot wackelt sehr, dann kann es mal passieren, dass die Tasche jetzt beispielsweise mal hinfallen sollte. Also es wird natürlich nicht, es ist jetzt absolut nicht wackelig oder so, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine unebene Fläche habt, sagen wir mal, ihr habt so ein paar Steinpackungen da, wo ihr angelt, dann könnt ihr das Ganze justieren. Das heißt, dann könnt ihr diese zwei Füße rechts und links hier ausfahren. Dann gibt es hier so eine kleine Schraube und wenn ihr an der Schraube dann dreht, dann könnt ihr, dann erritriert ihr das Ganze im Grunde. Also sagen wir mal jetzt hier, ich möchte das ein bisschen weiter hoch haben, dann dreht ihr so lange an der Schraube, dass ich das nicht mehr nach oben gehen kann und dann hält dieser Fuß dann an dieser Position, wo ihr es eingestellt habt. So, dann kann man das Ganze hier auch noch tragen und wenn man hier unten diesen Verriegelungsmechanismus hier runter macht, dann hat man erstmal einen besseren Tragekomfort und zweitens, das Ganze ist verschlossen. Wenn ich die Bügel dann wieder aufmache, dann kann ich das wieder auseinanderziehen und so mit dann die Tasche halt innen drin öffnen. Hier ist nochmal so ein Clipverschluss und das Ganze kann ich dann hier einmal öffnen. So, hier innen drin gibt es dann nochmal so ein Tragegurt und das ist dann dafür da, damit ich die Tasche dann schultern kann. Das heißt, hier gibt es dann so Clipverschlüsse, die klippte ich dann einmal jeweils auf die jeweilige Seite hier rein und dann kann ich den ganzen Angelkoffer dann hier über die Schulter tragen. So, die gute Verarbeitung merkt man eigentlich im Inneren der Tasche, also aus welchen Materialien die Tasche selber gebaut wurde. Und zwar wurde hier sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze zunächst einmal sehr leicht sein soll und trotzdem wasserdicht. Die äußere Schale hat eine sehr schöne Oberfläche, also die ist relativ, das ist jetzt kein Hartgrundstoff, ist relativ flexibel, aber aufgrund dieser Flexibilität, aufgrund der Dünnwandigkeit hat man dadurch erzielt, dass man sehr, sehr viel an Gewicht eingespart hat. Innen drin ist die komplett gummiert, das heißt, das Ganze fühlt sich relativ schön gummiartig an und ist natürlich dementsprechend dann sowohl wasserdicht von außen nach innen als auch von innen nach außen. So, jetzt kommen wir aber zu den meiner Meinung nach geilsten Teil dieser Tasche und zwar ist das die Erweiterbarkeit. Das heißt, wenn ihr mal so eine Tasche gekauft haben solltet, dann könnt ihr in Zukunft die Tasche nach euren Ansprüchen dann aufbauen. Zunächst einmal sind das die Innereien, also innen drin gibt es dann nochmal so Cubes und die sind also im Grunde wie so Raumaufteiler, auch die sind mega leicht, wasserdicht innen drin und hier oben ist so eine Klarsichtfolie, dass man direkt dann sehen kann, was in der Cube selber drin ist. Die gibt es dann in verschiedenen Größen, von dieser hier würde jetzt beispielsweise zwei Stück übereinander reinpassen, dann gibt es diese kleinere hier, davon passen dann insgesamt vier Stück übereinander rein oder aber es gibt diese längere hier, da gibt es auch noch ganz viele andere Größen, also die drei haben wir jetzt zur Verfügung, da kann man dann zwei Stück nebeneinander reintun. Du kannst das natürlich auch beliebig kombinieren, indem du beispielsweise ein davon, zwei davon nimmst oder aber zwei von den Großen, vier von den Kleinen, also wie gesagt, das Teil ist doppelt so groß wie das hier und dieses Teil hier ist doppelt so breit wie das hier. Das ist zunächst einmal das, was man für die Zukunft erweitern kann, aber das Ganze hat hier vorne dieses Molle-System und zwar Molle-System ist im Grunde so ein System, das wird bei den amerikanischen Streitkräften benutzt, also diese Soldaten haben immer hinten auf den Rücksäcken und auf ihren Kampfuniformen immer diese Schnallen hier und es gibt sehr, sehr viele Artikel, die man speziell an diesen Schnallen befestigen kann. Das muss nicht nur immer der gleiche Hersteller sein, aber Daishisiko selber hier, der Angelkofferhersteller, der hat auch so ein paar Zubehörartikel, nicht nur ein paar, sehr viele sinnvolle auch. Das ist jetzt zum Beispiel hier ein sehr sinnvoller, das ist jetzt ein Hakenlöser und diesen Holster hier, den kann ich dann hier jetzt einfach einhängen. So, das befestige ich dann hier rein. So, das ist festgeklickt und jetzt kann ich dann hier einfach meinen Hakenlöser befestigen und da kann man halt noch viele, viele andere Sachen befestigen. Beispielsweise, du hast ein Maßband mit einem Karabiner. Dann kannst du auch diese Öffnung hier benutzen, um dann einfach den Karabiner hier einzuhängen. Also es gibt, wenn ihr jetzt bei Google mal Molle-Systeme einträgt, dann gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Systeme von anderen Herstellern, insbesondere, wie gesagt, für die US Army oder aber es gibt halt von dem Deich-Sico selber, das ist jetzt zum Beispiel so ein Multiclipper, da kann man dann, ja, da kann man zum Beispiel die Wirbel dran machen, wenn man die festknotet oder aber so Handtücher dran befestigen, wie ihr selber gerne wollt. Dann gibt es hier so Seitzug-Systeme zum Beispiel, die kann man dann auch hier dran befestigen oder aber hier so Wirbelhalter. Also man kann das für die Zukunft einfach modular besetzen, wie man es haben möchte und dann hat man alles in einem Koffer fest angebracht, organisiert, man weiß immer, wo was ist, wo man es dann sofort griffbereit haben kann. Zum Abschluss sei gesagt, so ein guter Koffer hat natürlich auch seinen Preis. Aber wenn du einer bist, der etwas kaufen möchte und wirklich jahrzehntelang benutzen möchte und auch für die Zukunft, wenn sich mal irgendwas ändert in deiner Angelei oder wenn du mal irgendwie sich die Umstände ändert, immer noch weiter in diesem Koffer hier benutzen willst, das ist wirklich ein Koffer, der hält Ewigkeiten, der hält Generationen hinweg, den kannst du theoretisch weitererben. Also wenn du so einer bist, der jetzt nicht immer gegen diese Wegwerfpolitik ist, dann ist dieser Koffer wirklich etwas, was für die Ewigkeit hält.